Die Anhängerarbeitsbühne GA21G ist mit einem Diesel- und mit einem emissionsfreien Elektroantrieb ausgestattet. Mit ihrem Radantrieb lässt sie sich gut zum Einsatzort manövrieren, wo sie sehr schnell einsatzbereit ist. Die GA21G erreicht eine maximale Arbeitshöhe von 20,70 m. Der Arbeitskorb ist in beide Richtungen verdrehbar und hat eine maximale Korblast von 215 kg. Durch die Gelenkteleskop-Bauweise eignet sich die GA21G hervorragend für Arbeiten über Störkanten oder z.B. in Baumkronen. Die maximale seitliche Reichweite beträgt 11 m. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 K Hebrews 11.